Ja, da hast du recht. Kaffee ist so... Ja, da hast du recht. 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 Okay. Ja, da hast du recht. Ja, da hast du recht. Ja. Ja, da hast du recht. 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 Okay. Okay. I'm just going to find any room. Zebrunose does double commit on it. It keeps the play a l- How about that? I would appreciate if you had a look at my logs and unbound me smile gang bang gang gang cap of pride. Now I don't want to look at logs right now. I'm done. I looked at some of these logs. Ask the mods. Greek networks for the slow-mo guys. Miley Cyrus, that's big. Yeah, I wasn't messing around. Das ist 9,000 Pounds, mit 4 Metri Tonnen von pure Heft. Das ist ein dicker Kranz. Wir werden die Wall von hinterher. Das ist ein wirkliches Brick Wall. Es ist ein solides. Es hat eine Beziehung auf den Backen. Obviamente nichts gegen das. So die Idee ist, dass du es all den Weg um. Pushen die Emergency Release. Und dann drop es. Basically, es ist einfach nur eine kleine Elefante. Ja. Ja. All right. Let's do es. Oh! 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 Oh my god, and that hurt my ears. Did you ever go through all the dough? Oh, shit. Oh!